Hallo meine Lieben, wir spielen Skimming Through the Zombie Apocalypse, The Beginning. Wir haben gerade Meerschweinchen eingesammelt, mit dem wir jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, in der Apotheke. Ich dachte wir gehen in die Drogerie. Okay, wir gehen in die Apotheke. Ich glaube wir gehen in die Drogerie. Er hat kein Schlüssel, muss er aufsperren. Ups, daneben. Puh. Oh, Hustensaft. Nehmen wir halt alles mit, ne? Oh, Verbandskasten. Ich nehme alles mit, weil ich davon ausgehe, dass es mir eh wieder gefladert wird. Die haben eine blöderer Gilde. Warst du schon mal dort, oder? Okay, sie lassen niemanden mitspielen. Also, die nehmen nur die Besten der Besten auf. Also müssen wir schauen, ob die uns dann nehmen. 19 Stück haben wir mal einpackt. Wir schicken ihn in den, in den, in den Keller. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir sagen, es gibt keinen sicheren Ort als in den Keller. Bei nochmaligem Nachdenken überspringen wir lieber diesen Teil, kommt zu uns zurück. Schicken wir in den Keller. Schicken wir in den Keller. Er geht. Oh, oh. Haben wir im... Schaut, da ist jetzt das etwas, was wir noch nicht haben. Das, was blaues. Was ist das? Nasenspray. Dann haben wir da ein Buch. Anatomie der Säugetiere kann auch nicht schaden. Dann nehme ich eins von den teuren Teilen. Das sind vier Punkte. Was ist jetzt? Jetzt bin ich voll? Gut. Jetzt bin ich voll, voll. Oh, oh. Zombie? Wo? Lass den Zombie nicht durch. Okay, er steht auf der Luke, gell? Oh, 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 oh. Sweet wife, we're here to help. And not at home with the kids. Er hat gern seine Frau zur Hilfe. Okay. Warum haben sie mir jetzt nicht geholfen? I don't know. We should have been more careful on our first run. It's a learning process, Larry. Hey, did you say your first run? Larry, you dumbass. Yes, the wonky-talkies on. Idiot, you're holding down the button. Oh. Right. Well, my bad then. I can't believe this is your first time doing this. Können wir ihm jetzt bitte helfen, dem armen Meerschweindl? Oh, is that what we said? Hey, hey, nun denn. Vielleicht ist das nicht unser erstes Mal. Haha, nun, ich weiß nicht mehr. Wir nehmen das Rechte. Oh, oh. Are you okay? Are you okay? Yes. That was just an extreme anger scream. Oh, good. I thought it was an I got bit by a zombie. Uh, okay, listen. You think you can make a run for it? It's a coyote-zombie. I barely escaped the basement. Freaking coyote? Yes! Warum helfen wir ihm nicht einfach? Okay, listen. Wir werden Hilfe holen. Stay there. We're gonna go get help. Wait, you're gonna leave me here alone? No. No. What if it pushes through the door? It wasn't able to get through yet. It won't be able to do it later either. It can't get stronger over time. No offense, but I don't think that statement is accurate. I beg your pardon. This is basic science. If it does not have the energy to... Yeah, yeah. We're gonna go now. Why do we help him? Why are we gonna help? Let's check that camp on the bull's mat. Maybe we'll find somebody there. Why do they do that? Why do we do that? We're gonna find somebody in this camp to help us? For sure. I don't know, Hank. We don't even know if there is anybody at that camp. Oh, I have the arm. And we'll sit by the road. Wait, what is that? Uh, um. I don't know. That's the mama Meerschwändchen. Oh, I think it's a capybara. A capybara? Capybara? Capybara, you've never seen one? No. How can anybody keep track of all the races in this town? There are more races and animals. Will you just pull over? Hello there. Are you guys animal leaders? What? No. Why would you assume... Okay, good. I ran into some animal leaders a week ago. Du meinst Zombies? Haha, Larry's a pussy. Hast du irgendwelche dramatischen Erfahrungen gemacht? Wie sicher sind diese Straßen? Ah, dramatisch. Hast du irgendwelche dramatischen Erfahrungen gemacht? Nein, Mann, es ist... Ja, sicher, sicher. Ich weiß nicht, was willst du? Okay, hör'n, wir haben eine Proposition. Wir könnten uns gegenseitig helfen. Unser Bruder. Einen Zombie, die Wahrheit. Okay, er kommt und hilft uns. 20%. 20%. Aber eigentlich würde ich ihm gerne ein Viertel geben, ne? Aber 20% ist ein Fünftel. Das ist weniger. Oh, der ist nett. Okay, jetzt brauchen wir noch was schweres. Als wenn dem Auto nicht schon genug... Also das Einzige, was der... ...Hase macht... Big one or small one? Big one. Nah, we don't need a big one. Smaller one will do. Let's just be safe. How the hell is he gonna carry that thing? Plus, I don't even know if it'll fit through the pharmacy door. The small one's already heavier than the guinea pig. I'm not completely sure about that. Listen, just take the... Den kleinen. Oh, der kleine ist aber wirklich sehr klein. Ups. So, retten wir das Meerschweinchen. Puh. Natürlich. Natürlich sind wir das. You're the best. Hello. Kommt schon, Leute, kommt's. Sevencher, Blünderer. Und Hustensaft nehmen wir mal mit. Einen mittleren Verbandskasten nehmen wir mit. Und ich habe schon mehr genommen, als ich darf, schon. Also, gehen wir den Großverbandskasten zurück. Nehmen wir einen kleinen. Das ist ein Schaß. Gehen wir ihm das Buch halt wieder. Acht will er noch haben. Sieben. Zehn. Das ist ein Mist. Kleiner Verbandskasten. Kleiner Verbandskasten. Shit. Wie viel, wie viel wert ist der große Verbandskasten? 40. Und mit 1, dass 1 wert ist, dürfte ich noch nehmen. Der ist 25 wert. Der ist 10 wert. Das ist 7, 5. Bom. Die haben sich jetzt alles eingesteckt. Bushaltestelle. Bis zum nächsten Mal. Gehen wir. Oops. So... Okay, er will jetzt die Formulierungen durchkennen. Er gibt Sinn. Okay, getötet, attackiert. Geplündert. Ressourcen sammeln. Hm. Hm. Schleicher. Totenfälle. Spinner. Hm. So. Also... Hm. Ah, da kann ich einfach irgendwo hingehen. Zu ihm. Kann ich dir irgendwas anderes auch noch machen? Na, ich kann nur zu einem nach dem anderen gehen. Ich glaub, der will nicht gestört werden, aber wurscht, fragen wir mal. Der will würfeln. Okay, hast du von der Blünderer Gilde gehört? Hat dir jemand irgendwelche Gildengemeinschaften erwähnt? Gildengemeinschaft. Gildengemeinschaft. Hm. Oh! Oh! Okay, die von der Gilde sind nicht gut im Glücksspiel. Einer Sammelstelle für Ressourcen, ne? Oh oh! Du könntest einige Gegenstände fürs Glücksspiel sammeln. Blündern ist immer ein Glücksspiel. Ressourcen zu sammeln ist immer ein Glücksspiel. Bleib mal bei Ressourcen. Dabei habe ich das jetzt so schön formuliert. Sicher, klären wir aber zuerst die Regeln. Also wir wollen neun. Um was wir jetzt wetten wollen. Okay, ich glaube ich gebe ihnen eine Zigarettenpackung. Wobei die Limonadendose eigentlich das billigste ist, was ich da habe, ne? Ich gebe ihm trotzdem das Chickpackel, also die Zigarettenpackung. Ups! Ich gebe sofort wieder zurück. So, Würfel werfen. Würfel werfen. Wir haben drei. Drei. Werfen. Fünf. Drei. Ausgang. Oh! Okay, das war gut. Huh! Nein. Mist. Schauen wir mal was die sagt. Also ihr Kind ist im Wald verloren gegangen. Ich bin schon wieder mit Ressourcen sammeln, finde ich besser. Ja. Den haben wir schon geguided, ja. Deshalb schaut er so aus. Das kleine Ding ist von einer netten Kneipenschlägerei, du solltest den anderen Kerl sehen. Du solltest den anderen Kerl sehen. Du solltest den anderen Kerl sehen. Ja, ja. Ich bin sicher, dass du ihn gut gemacht hast. Nein, du sagst, der andere Kerl war groß. Nein, das ist nicht was ich meine. Ohne, ja! Ich bin sicher, dass du hier bist. Okay. Ich muss dir sagen. Hörst du mir deinen Scham-Rabbit, schaden. Okay, okay. Und wie geht es denn? Einem Austausch von Gegenständen. Die hat ca. dasselbe wie ich. Nur hat sie hier Frucht... Feuchttücher. Pustensafz hat sie ja auch. Das Leben von Danny dem Bär. Rotwein. Warte mal. 4, sonstiger Wert 8. 5 bis 15. Sonstiger Wert 2. 10, sonstiger Wert... Also ich glaube, den will ich mal haben. Jetzt habe ich minus 12. Und so viele Backelchick wie die hat, gebe ich dir einfach Zigaretten, ne? Minus 11. Okay, scheiß drauf. Ich gebe dir das zurück. Und kann man jetzt einen Punkt holen? Lassen wir es einfach. Ich meine, was ist mit den Chips? Die Chips sind zwei Punkte. Und das sind schon vier Punkte. Ich müsste zwei Chips hergeben. Und was ist das? Das ist drei... Drei und eins. Gegen vier. Ja. Ich würde sagen, wir bleiben bei dem, was wir haben. Ich kann da jetzt nichts entscheiden. So lange sie nicht laufen, das ist ein tolles Bild. So lange sie nicht laufen. Jetzt zeige ich einfach blündern. Ein Ort zum blündern. Weirdos? Zombies. Hi. Okay, aber jetzt verwende ich einfach die normale Sprache. Das Buch hat uns nichts weitergebracht. Nein, ich sag die Wahrheit. Wir versuchen Mitglieder zu werden. Sonst bin ich ganz verwirrt. Collaboration. Du erstklassige Borte halten wirst, oder du einfach nur so durch diesen Ort fliegen wirst, im Handumdrehen rein und raus. Erstklassige Borte ist glaube ich besser. Der letzte wollte 90 und wie viel 80? Du weißt, dass du mit uns sicher bist? Okay, wir sind eine Minute zurück. Was soll das heißen? Wir sind eine Minute zurück. Los geht's. Zur Grundversorgung. Bleibt ihr Nummer eins. Toilets are us. Oh yeah. Was ist das? Schütz? Was ist das? Windelpackung. Was ist das? Tamponpackung? Das sind Leute, naja, nein. Zwei sind Frauen, ne. Oh, da haben wir jetzt die Süßigkeiten. Ah nein, Feuchttücher. Verband, ja. Naja sicher, wir haben ja das Auto. Er will ja jetzt einen Zombie schicken. Sie wollen jetzt einen Zombie vortäuschen, damit sie glaubt, dass die zwei hilfreich sind? Hast du schon mal Zombies getötet? In unsere Richtung? Ja, einer bewegt sich in unsere Richtung. Bis jetzt war es immer nur einer. Oder war es jetzt überhaupt schon Zombie dabei? Es waren immer irgendwelche anderen Viecher, ne? Einer bewegt sich. Naja fährt sie nicht durch das Schwimmen. Sag mal einfach ja. Schließen wir's ab. Oh, es gibt noch was. Noch mehr Feuchttücher. Interessant. Oh? Jetzt hat sie Angst. Okay, wir können von hier aus erkennen, dass es Zombiefrei ist. Wir werden auf Zombie ähnliche Geräusche achten. Wir achten. Aha. Army Walking Talkies. Sie machen immer Geräusche. Ich bin mir sicher, dass er inzwischen einige Geräusche gemacht hätte. Einlagiges Toilettenpuppi ist auch ein interessanter... Komm zurück! Na dann, komm zurück! Jetzt komm schon hoch! Vielleicht, wenn ich wirklich nur die wirklich Verrückten... Ja. Ich will noch keine Zeit hatte zum Ausfluten. Jetzt erklärt sie uns, wie's ausschaut. Ein behinderter Zombie! Dann nehmen wir das einlagige Scheiß drauf. Das sind eh immer 6 Packungen. So. Jetzt müssen wir das alles auch noch aufteilen. 30 kann ich mir nehmen. Was ist das? Schutz. Windelpackung. Windelpackung. Tamponpackung. Verband. Feuchttücher. Klopapier. Was haben wir da? Tamponpackung. Tamponpackung. Schutz. Das sind 6. Das sind 8. Es ist minus 5. fuck die Bohne. Jetzt kann ich mit 1 nehmen was 1 werde ich jetzt noch. 7, 4, 1. So. Aber jetzt hab ich halt zweimal Klopapier. Was soll ich jetzt machen? Scheiß drauf. Bye. Spielplatzlager. Ein geschatteter Drogendealer. Noch eine plöde Lektion. Ja, die Leute reden lassen. Das ist ein Freudian slip rip-off. Nein, das ist Hank's slip, ein Original. Ja, ich kann jetzt sehen, dass alle deine Noten einfachen von anderen sind. Instead of overanalyzing, wir sehen, wie wir das nutzen können. Nicht Kinder. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Okay, wir können uns jetzt aussuchen, ob wir ihn gehen lassen, ob wir ihm ein Teil von der Beute geben, aber wir schauen einfach, ob wir ihm helfen können, würde ich sagen. Das ist übrigens ne Kiwi dich is. Was ist das? Was ist das? Du willst ein bisschen Kandys? Hank, was machst du? Du klingst uns als perverte. Ich meine, wir können dir helfen, wenn du uns helfen kannst. Du weißt, was ich meine? Wir sind nicht Schau-Molester, jees. Hank, für fuck's sake. Lass mich einfach sprechen. Was? Warum? Ein paar Sachen, über das Blöden dann beibringen. Hilfen, etwas zu essen zu finden. Ja. Vorsicht, kleiner Freund. Wo hast du gelernt, so zu reden? Geh, bitte. Deine Mutter. Wo sind deine Eltern? Hors? Ernsthaft. Ist drei in Begriffen oder separat? Okay, warte, wir geben den Partnern an, ist drei in Begriffen. Wir verhandeln dich mit Terroristen, werd vernünftig, du kleiner Schläger, werd vernünftig. In Ordnung, nimm dir ein paar Sachen. Nein, ich verteidige meine Position. Oh, eine Trophäe, prevailing over tyranny. Cool. Er hat Angst vorm Kind. Ja, wir sind ja schneller. Und es speichert. Somit würde ich sagen, lassen wir es hier gut sein. Ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es weitergeht bei Skimming through the Zombie Apocalypse at the beginning. Und ja, passt auf euch auf. Macht es gut. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao. Ciao. Ciao.